Herzlich Willkommen zum nächsten Video. Du kannst jetzt schon die Katze mit der Tastatur steuern, jetzt wollen wir weitermachen und uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Du hast ja in diesem Abschnitt Bewegungen üben, solltest du die Katze eine Treppe zeichnen lassen. Das war aber mit echt viel Arbeit verbunden und du musstest quasi für jede Stufe die Katze hochlaufen lassen, dann zur Seite laufen lassen. Also hier immer diese X- und Y-Änderungen vornehmen. Ja, da ändere X und ändere Y. Das ist ein bisschen anstrengend. Programmierer sind faule Leute und die überlegen sich lieber schlaue Tricks. Die denken ein bisschen nach und dann haben die eine gute Idee. Und zwar haben die sich einfallen lassen, dass man Schleifen benutzt. Es gibt verschiedene Arten von Schleifen und wir fangen mal mit der ersten an. Was das jetzt genau bedeutet, sehen wir jetzt gleich. Du machst bitte gleich mit. Und zwar öffnest du dir eine neue Scratch-Oberfläche mit Datei Neu. Dann fügen wir noch den Malstift-Block hinzu, weil wir schließlich wieder was zeichnen wollen. Und dann geht's los. Schritt 1 ist, wir müssen die Katze wieder verkleinern und zwar auf Größe 40. Dann kann man nämlich ein bisschen mehr zeichnen. So, jetzt passt die hier wieder gut hin. Und dann soll das Startsignal die grüne Fahne sein. Das heißt Ereignisse. Dann, wenn die grüne Fahne angeklickt wird. Ziehen wir uns rüber. Jetzt. Die Katze soll wieder unten links in der Ecke starten. Das heißt, wir müssen Bewegung. Und dann nicht gleite, sondern gehe zu. Das soll ja sofort passieren. Und die Koordinaten sind minus 215 bei X. Und Y soll minus 155 sein. Perfekt. Wenn wir mal austesten. Funktioniert. Ganz unten links in der Ecke. Weiter geht's. Jetzt benötigen wir wieder den Malstift. Ja, gegebenenfalls muss das wieder aktivieren. Und wir nehmen bei Malstift die Aktion Schaltestift ein und setzen die da runter. Dann ist es außerdem praktisch, weil wir hier ein bisschen ausprobieren und üben wollen. Wenn wir uns eine Löschfunktion gleich mitprogrammieren. Dann nehmen wir Ereignisse. Und du kannst ja mit Tasten auch Aktionen auslösen. Dann nehmen wir jetzt hier, wenn Leertaste gedrückt, dann gehen wir zum Stift, lösche alles. Ja, das heißt, wenn ich auf die Leertaste drücke, dann geht die ganze Zeichnung wieder weg. Super, das haben wir jetzt auch noch nebendran programmiert. Und weiter geht's. So, die Katze soll fünf Stufen zeichnen. Und wir programmieren dafür jetzt erstmal eine Stufe. Dafür soll die Katze fünf Punkte nach oben und fünf nach rechts gehen. Das heißt, wir gehen zur Bewegung und fünf Punkte nach oben ist, ändere Y um, nicht um zehn, sondern um fünf. Und ändere X um fünf ist dann nach rechts gehen. Wollen wir mal sehen. Ich teste das mal. Zack, jetzt sieht man es nicht. Aber hier ist die Stufe. Ich kann, wie du siehst, die Katze auch ein bisschen wegziehen. Jetzt können wir auch gleich die Leertaste mal ausprobieren. Zack, alles gelöscht. Perfekt. Gut. Das ziehe ich mal da weg, weil wir brauchen jetzt diese zwei Blöcke erstmal im Freien, weil jetzt kommt ja unsere Wiederholungsschleife da rein. Also gehen wir auf Steuerung. Das ist so ein orangener Block. Und hier siehst du verschiedene Möglichkeiten. Und wir nehmen die Wiederhole zehnmal. Das ist eine Zählschleife. Das heißt, die zählt, bis sie das zehnmal gemacht hat oder wie oft auch immer ich hier eintrage. Und dann hört sie wieder auf. Und was sie wiederholt, welche Programmierung, das muss ich hier in diesem inneren Bereich einfügen. Das ist bei uns ja diese Stufe. Das hier war eine Stufe. Wir erinnern uns, da hat er eine Stufe zack, zack gemalt. Und jetzt sollen das nicht zehn Stufen sein, sondern fünf. Deswegen trage ich hier wiederhole fünfmal ein. Und im Anschluss ist es immer ganz gut, den Stift auch wieder auszuschalten. Malstift. Schalte Stift aus. So. Und wenn ich jetzt auf die Fahne klicke, dann siehst du, hat die Katze hier fünf Stufen gemalt. Warum hat sie diesen Strich noch gezeichnet? Weil der Stift vom letzten Mal nicht aus war. Ich drücke wieder die Leertaste, schiebe die Katze hier hoch und drücke nochmal drauf. Und dann siehst du, hier kommen die ersten Stufen. Das heißt, du kannst jetzt diese Aufgabe erstmal abspeichern, herunterladen. Das zeige ich jetzt nicht nochmal. Das hast du jetzt schon oft genug gemacht. Ich glaube, das kriegst du jetzt auch alleine hin. Jetzt hast du kennengelernt die Zielschleife. Die ziehe ich mal hier raus, damit ganz klar ist, worüber wir reden. Und zwar um diesen Block. So eine Schleife benutzen wir, wenn wir in einem Programm Wiederholungen realisieren, also umsetzen wollen. Wenn wir mehrere Wiederholungen durchführen wollen. Weil so eine Stufe, dafür müsste ich diesen Code hier einfach fünfmal untereinander setzen. Oder ich sage ihm hier, wiederhole das Ganze fünfmal. Es gibt verschiedene Arten von Schleifen. Das hier ist die Zählschleife. Das heißt, ich trage hier ein, wie viele Wiederholungen tatsächlich gemacht werden sollen. Und dann zählt er. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wenn er es gemacht hat, dann ist fertig. Und so spare ich mir einen Haufen Platz. Meine Programmierung ist ja super winzig klein. Ich mache mal für dich gerade noch eine Vergleichsprogrammierung und zeige dir mal, wie viel Arbeit wir uns gespart haben. Los geht's. So, hier kannst du sehen, diese beiden Programmierungen haben den gleichen Effekt. Wir können ja mal vergleichen. Anfang ist gleich, gehe zur unten linkeren Ecke, schalte den Stift ein. So, und jetzt machen wir hier eine Stufe. Es sind immer zwei Blöcke, eine Stufe, eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, vier Stufen, fünf Stufen. Und fertig. Und hier ist das Ganze wunderbar kompakt in einem so kleinen Dingen drin. Fertig, aus. Das ist ziemlich genial und es erspart uns eine Menge Klickerei. Und jetzt bist du dran. Jetzt gibt es hier nämlich noch ein paar Anwendungsaufgaben. Die sind nicht ganz einfach, aber ich glaube, das kriegst du locker hin. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei.